Guten Abend miteinander hier im Labor und wo immer Sie sind, in Heimen oder im Heim. Ich möchte Ihnen heute gerne ein kleines Rezept vortragen. Ja, weil Küche, das ist ja auch eine Art Labor, vor allem seit die Männern kochen. Früher haben die Frauen einfach gekocht, also ein paar hunderttausend Jahre lang mehr oder weniger gut. Aber wenn ein Mann kocht, ist das natürlich etwas ganz anderes. Es ist viel grösser, komplexer. Es ist eine Art Mischung aus Nanotechnologie, organischer Chemie, Kunst und Showbusiness. Ja, egal. Zu diesem Rezept. Es geht um ganz spezielle Weihnachtsgutchen. Die Weihnachtsgutchen sind Vogelnester. Ich weiss nicht, ob Sie die kennen. Es sind aber ganz speziell geile Vogelnester, weil es solche mit Rum sind. Vogelnester mit Rum. Also, machen Sie zuerst einmal den Rum auf und prüfen Sie auf seine Qualität. Schmecken Sie daran. Nehmen Sie diese grosse Rührschüssel, probieren Sie nochmal ganz schnell darum. Um sicher zu sein, dass es sich wirklich um die allerbeste Qualität handelt, füllen Sie eine Teetasse bis zum Rand und trinken Sie sie aus. Schmeissen Sie anschliessend den elektrischen Mixer an und schlönen Sie eine Tasse voll Butter in der Schüssel schaumig. Dönen Sie vier Esslöffel Honig dazu und schlönen Sie weiter. Jetzt müssen Sie aber noch ganz schnell überprüfen, ob die Flasche Suppe, äh, Entschuldigung, die Flasche, der Super Rum immer noch da ist. Ja, können Sie unterzwischen jemand geklaut haben. Ja, und wenn Sie die Butter gefunden haben, trauen Sie der Sache nöt. Was ist mit dem Inhalt? Testen Sie den Rum ruhig nochmal mit einer zweiten Tasse Sex. Äh, Ex. Stellen Sie den Mixer ab, schmeissen Sie packten Schockepulver und drei Eier in die Rührschüssel hinein. Schmeissen Sie die Tasse mit der gescheiberten Mandel hinein. Mixen Sie den Schalter wieder an. Dann schalten Sie den Mixer wieder an. Ja, falls die Saudi-Arabische Mandeln schläfrig geworden sind, lösen Sie sie mit einem Traubenschweizer voneinander. Moment mal, der hat doch gar keine Trauben in der Zähne. Ah nein, lösen Sie sie mit einem Schraubenzieher voneinander. Und dann schalten Sie den Wichser wieder ab. Und jetzt schauen Sie noch mal, ob der schrumpft, der Rumpf, der Rum, egal, die richtige Farbe. Korrekt, korrekterweise. Sollte einen guten Rumpf einen goldgellen Ton haben. Wie bald Blütenhonig. Ja, das weiss doch ich nicht, wie bald der Honigblüte. Ah, goldgell wie ein Waldblütenhonig. Die Farbe übrigens, sie ist vom Seichenass. Ja, das meinen Sie. Ah, die Farbe, die Farbe ist vom Eichenfass. Gut, das hätte man zurück, zurück zu den Mogelfassen. Zum Mogel, zu dem Vogelnest. Als Nächste, als Nächste sieben Sie zwei Taschen Salz oder sonst etwas Ähnliches. Wäschpulver Katzensanne spielt keinen Rogel. Spülen Sie mit Rum. Jetzt hacken Sie sorgfältig den Zitronensaft, klein pressen Mandeln aus. Dünnen Sie zwei Löffel Reizinosöl dazu, rühren Sie mit dem Zeigfinger kräftig durch und geben Sie es der Katze. Weil, weil, das gehört natürlich nicht in die Vogelnest. Aber Katze schon. Katze muss rein. Ja, muss eine Katze rein. Ja, Katze muss, das Kofferband muss auch Katze rein, in die Vogelnest. Was staunen Sie? Ja. Da steht schwarz auf weiss, muss Katze hineingeben. Ah, nein, Entschuldigung. Muskat hineingeben. Das ist jetzt natürlich ganz ein peinlicher Schlapsschuss. Platzschuss. Lapsus. Und falls Sie jetzt tatsächlich gelaufen, hätten Sie Ihre 45er Tibeter ein bisschen in den Vogelnest und Teig hineinknähten, dann hätten Sie ja selber Vögel draussen. Oder sind Sie in Bern runtergelaufen? Sternnagel gesoffen? Ich weiss es. Es wird aber grausam ins Gejett rausgekommen, bis ich hier wieder rauskomme. Also fangen Sie einfach nochmals vorne an. Mehl, Zucker, Eier, Schokolade, Mandeln, Löffel, Gabel. Schweissen Sie einfach alles zur Sicherheit in den Teig hinein. Füllen Sie den Ofen mit Fett und drehen Sie um 180 Grad. Was ist jetzt so? Wo sind Sie jetzt verschwunden? Ah, da sind Sie wieder. Warum sitzt Ihr jetzt auf der anderen Seite? Egal. Geniessen Sie den Heiligenabend ohne Vogel. Ohne Vogelnest. Schmeissen Sie Schüsse zum Feist und gehen Sie zu den Finnen von Basel. In die Pfade geht ein bisschen. Ach, backen. Entschuldigung, merci. Danke. Danke.